ja hallo herzlich willkommen zurück zu bivostackpack minecraft nach kritischen themen und telekom muss den ein kontaktformular ausfüllen und zurückschicken das mache ich dann nach der aufnahme muss ja erst noch kundendummer der ganzen geburt voraussuchen und bin gespannt was daraus wird könnte es endlich etwas gutes bedeuten oder wird man am ende nur wieder enttäuscht wie immer bei der telekom so wir werden es erfahren ihr werdet es erfahren wir werden sehen spätestens wenn ich auf einmal sage hey heute kommt ein livestream dann wisst ihr dass da irgendwas ganz großes passiert ist und in dem sinne gucken wir mal was das dann alles wird ja das haben wir wenn nicht wenn überhaupt das sehr gut sehr gut so flint haben wir noch ein paar flints hammerheads gucken wir jetzt mal mit den ganzen gemurks hier raus dass jemand bei der telekom arbeitet über sowas zufällig stößt und dann noch helfen will ich bin begeistert ich bin begeistert ich hätte es nicht erwartet das monatelange jammern hat gehör gefunden nicht mehr schmerz wieder her mein schmerz mein schmerz mein schmerz so die da rein so den flint und den gravel müssen wir dann noch flint gravel so haben wir wenigstens schon mal wieder ein kleines bisschen was glaube wir können jetzt mal gucken dass wir vielleicht mit den reaktoren doch mal auf kurz oder lang beginnen auch vielen dank nochmal anschau für die hinweise mit dem bambus wo ich gefragt hatte da muss ich dann mal gucken wenn ich mal wieder so richtig finde dass ich da mal schaue ob da irgendwo sprossen ringsherum wachsen dass ich dann wirklich welchen bekomme so zack 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 ja zwar immer noch nicht das gefunden was ich finden wollte aber so langsam fühlt es sich hier drin immer wieder ganz gut an so zackig und knackig und wir müssen unsere werkzeuge auch aufladen huiuiuiui also ich bin gerade irgendwie echt der heutige tag ist wirklich überraschend auf mancher hinsicht ich bin gespannt was da wie gesagt noch raus wird jeweils wie gesagt alle 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 erfahren ach verdammt das ding hat ja noch gar keinen fluchs drauf das muss ja erst geupgradet werden wo viel gold wir brauchen na dann hole ich dann mal noch mal komm ich stohlen dann holen wir auch mal ein steck komm ich staun gamestern news die eigenweit offizielle modding tools angekündigt ja wunderschön wenn das hier indiziert wird das ist so vom tisch für die deutschen nutzer per se hat man aber auch schon ja twitterkiss immer ganz lustig und ja zu meiner frage in puncto hätte ob sowas auch für google plus gibt gab es dann für andreas hatte geschrieben hootshut wäre da eins ich glaube das ist wie fern das wirklich dem spreche was ich da suche aber es ist auf jeden fall mal ein hinweis das gucke ich mir auf noch mal genauer ein weiß gar nicht ob das auch wirklich als brauchbare free version da ist oder ob das wirklich so eine reine bezahlversion ist weil irgendwas stand damit bezahlen und das wäre dann damit schon mal raus aber da werde ich auf jeden fall noch mal genauer gucken was da so sache ist es ist auf jeden fall schon mal viel wert das was ich gefunden hatte weil die client das soll ja also im endeffekt für den desktop ein klein sein der das auch mal ich weiß noch nicht ob der halt auch automatisch aktualisiert so dass man dann was ich im intervall von einer halben minute immer wieder eine aktualisierung kriegt ob neue nachrichten eingekommen sind denn dann werde es würde es als theoretisch so funktionieren wie wir es bräuchten als wie deck ersatz für google plus wenn alle stricke reißen selbst programmieren aber da habe ich keine lust wenn ich da ehrlich bin wäre mal wieder interessant so etwas umzusetzen und wahrscheinlich wäre das auch ein programm was man wenn es laufen würde nutzen könnte aber mit der google api ja das ist leider nicht so meinung äußerung hatten wir ja wie gesagt es ist traurig dass man wenn man nur anmerkt dass das sowas vielleicht keine gute wahl ist für ein grundstück gefallen wenn andere grundstücke die mehr in der zentralität liegen wo dann auch eher was ist und nicht wirklich so abgeschieden vom schuss ja es ist traurig ich bin gespannt was ihr macht die gute alte dame jetzt inzwischen ist im altersheim mit und geht stramm auf die hunde zu leider aber auch im altersheim nicht mehr ganz so fit apropos das war doch mit dir ne presser genau soja bohne und mäßigen tofu das müssen wir ausprobieren jetzt dann können wir mal tofu herstellen habe ich ich muss hier soja bohne drin haben soja beans soja beans soja beans soja beans i kill you da kriegen wir die raus die 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 bei zig Soy Milk Kriegen wir so kein Rezept? Ich schätze mal, dafür müssen wir jetzt an den Presser reingehen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus Machen wir mal acht Stück rein Scheint zu funktionieren Dann erklärt es das und dann kriegen wir Tofen bald. Jawohl, so funktioniert's Äh Da Das sollte erstmal reichen Ich gucke immer nach etwas Weißen, wenn ich die suche Dann kriegen wir nämlich auch den Tofu hin und können den auch für Ernährung und zukünftige Kochsendungen einsetzen, weil aus der Soymilk können wir dann Silken Tofu machen Silken Tofu Wo mir jetzt auch wieder kein Rezept angezeigt hat Muss ich den dann wieder in den Presser reinjagen? Kann sein Probieren wir dann einfach raus, wenn das durch ist Wird's einfach ausgetestet Ach komm, das kann eigentlich runter, wenn wir mal Überschuss haben Und an dieser Stelle Ich weiß nicht, ob der liebe Telekom-Hilf-Mitarbeiter Jetzt unterzeichnet seine Messages mit Ich vergesse mal, wie dieses dämliche Symbol hier heißt Mit EM Das hier mal sehen sollte Die sind der vierte Telekom-Mitarbeiter, der helfen will Und ich bin gespannt, ob es am Ende wirklich Hilfe wird oder ob das dann sich wieder Nichts verläuft Was ich nicht schön finde Erstmal, dass es da in dem Formular Ich habe es schon aufgerufen Da steht Handynummer angeben Ich mag es nicht so gerne Meine Handynummer anzugeben Nicht überall zumindest Weil man häufig dann Auf kurzer lang Irgendwelche düsseligen Sachen Auf das Handy drauf kriegt Packen wir es mal hin Ach komm So Weg ist es Und jetzt hat er immer noch nicht damit angefangen So Was hat man denn noch Genau Mit den Zäugins Können wir das wenigstens noch fertig ausprobieren Das ist Das hatte ich mir aufgeschrieben War auch ein Tipp von euch Vielen lieben Dank Dass ich dafür den Presser benutzen musste Ganz ehrlich Da habe ich nicht Mit gerechnet Habe ich nicht dran gedacht Wäre ich nicht drauf willkommen Deswegen bin ich eigentlich sehr begeistert Dass das dann von euch kam So mal gucken Firmen So Okay Firmen Tofu Zeugt ihm jetzt auch nichts an Wir werden schon irgendwie hinkriegen Auf jeden Fall haben wir schon mal das hingekriegt Die Soilmilk herzustellen Das ist doch schon mal sehr viel wert Wahrscheinlich müssen wir alles Immer wieder durch den Presser jagen Würde mich jedenfalls am Ende nicht wundern Ja Wie gesagt Mahnungsäußerung in Deutschland Es ist egal Wenn es um Themen geht Die Allgemeinheit Nicht so Widersprechen Oder wo halt viele Nachschreien Dann darf man da auf keinen Fall Was anderes sagen Weil sonst ist man Gelackmeiert Piggyda Ihr seid klasse mit eurer Meinung Ne bloß nicht Neu als so viele Jetzt hinter den Herrbellen und Herrinnen Heißt das nicht Dass die Piggy da gut ist Warum wächst du nicht Okay Ich reiß jetzt hier mal ab Ich hoffe Dass sie dann mal anfangen Wieder richtig zu wachsen Weil es regt mich auf Dass der hier nicht wächst Der drückt mich so auf Das Schön ist Dass wir die auch Über den Hunger weg Essen können Yum 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 So Und wenn am Ende dann von der Telekom kommt, wir können bei Ihnen keinen Fehler feststellen. Dann hier, ne? Hör, dann! Ah, was hat die denn noch? Ah ja, Umfrage. Ich habe inzwischen ja das Formular auf Google erstellt mit der Umfrage hier, was für Projekte euch interessieren würden. Ich habe das auch in den Channel News angesprochen. Da werde ich es dann auch unten schon mit reinpacken. Ich werde zum Folgen euch vielleicht nochmal den Lücke und den Retschi zuschicken, dass sie nochmal gucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Sollte es aber. Und dann können wir das auch machen. Und dann ist eure Meinung gefragt. Ja, ich werde da auch nochmal ein extra Video machen zur Umfrage. Das wird da, wie gesagt, nochmal ganz extra eins geben, damit das ja auch viele mitkriegen. Was für Projekte euch denn interessieren, was ihr gerne hättet? So, jetzt gehen wir jetzt auf Big Reactors. Big, 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 big Reactors. Reactor Chasin. Dafür brauchen wir Steel. Ich erinnere mich. Steel. Refined Iron. Da-dam, da-da-dam. Da-da-da-da. Das heißt mit Charcoal oder mit Cold Powder können wir das machen. Ich erinnere mich. Wir brauchen also erstmal ein Stack Cold Powder. Wie viel haben wir denn davon? Das hatte ich hier doch auch irgendwo reingeschmissen. Weil es am Ende ja nicht nutzbar war. Für das, wofür ich es nur... Wither Dust. Nee, es sieht nur so aus. Ich hatte doch schon Charcoal Powder. Wo habe ich denn das hin gewoppt? Pulver ist cool. Ich muss mal gucken, ob es auch damit funktioniert. Dann bräuchte man noch einen halben Steck Iron. Dann können wir schon mal davon das erste herstellen. Und können schon mal langsam in Richtung Big Reactors anfangen. Ach nee, verdammt. Da brauche ich erstmal den... Ha 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 ha. Bevor ich da dran gehe, müssen wir erstmal hier aufrüsten. Ich brauche den Induction. Aber what? Warum mache ich es eigentlich darüber? Lopp. Applied Energistics ist es nicht. Wie hast du es denn? Ach, Mensch. Hallo, kurz raus. Thermal Expansion. Meine Güte. Zu viele, zu viele, zu viele. What's, 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 what's. Thermal, 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 Thermal Expansion Blocks. Richtig. So. Redstone Furnace haben wir. Pulverizer haben wir. Die Sawmill müssen wir uns dann irgendwann nochmal hinsetzen. Induction Smelter. Ganz wichtiges Spielzeug. Invar. Ein Machine Frame. Kappa. Gucken wir mal, was wir davon alles haben. Und was wir noch vielleicht brauchen werden. So. Rums. Induction Smelter. Gucken wir mal. Oder haben wir vielleicht sogar noch? Nee, haben wir leider nicht mehr. Das heißt, wir brauchen vier Glas. Und Attingier. Induction Smelter. Ah, verdammt. Ich warte eigentlich immer auf die... Oder Copper Gear. Nein. Tingeier. So. Iron und Außenrum Tint. Okay, das ist... Nachfahrt am Silber. Dann wäre Elektrik... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ein Tingeier brauchen wir dafür mal. Konzentration am Arbeitsplatz. Ach, Quark, was machen wir denn da? Es ist doch selbstverständlich. So, 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 so. Es soll ja auch ein Tingeier sein und kein Iron-Gear. Ja, jetzt käme es richtig raus, so. Haben wir noch einen Tinn? Oh mein Gott, wir haben keinen Tinn mehr! Das ist aber scheiße. Das brauchen wir echt noch. Zack, zack, zack. Ja. So, bitte. Tinn. Ein Tinn fehlt uns noch. Ein Rindtintin. Machen wir mal kurzerhand ein paar. Heieiei. So, na, wenigstens kommen mal wieder neue Maschinen ins Spiel. Da werden sich jetzt bestimmt wieder einige freuen. Dass da endlich mal wieder was geht. So, wie gesagt, Umfrage, was für Projekte euch jetzt im ersten Quartal interessieren würden, wird es auch geben. Ich hoffe auch, dass ich ab nächster Woche, also die Woche, wenn diese Folgen rauskommen, es geschafft habe, endlich mal mich in den Semesterferien zur Fakultät zu bewegen, um dort hochzuladen, weil sonst wird es auch mit We Evil Within ein bisschen böse. Da, die letzten Folgen habe ich einfach nicht hochbekommen. Hat kein hochbekommen, ne? Das schon. Da habe ich kein Problem mit. Hahaha. Was? Äh, nein, 1,8 GB mit meiner Kackleitung, wenn sie so schlecht läuft, ist einfach, äh, pfff. Unsere große Saarfolge 100, die ich noch hochladen muss. Ihehehe. So. Wo ist jetzt? Tin. So. Oh, okay. Unser Notstrom Agi. Es muss noch leiden. So, die reichen, glaube ich, erst einmal. Da, 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 da. So. Attingia. So, Induction Smelder. So, dann nehmen wir den da kurz. Dann brauchen wir jetzt vier Glas für die Capacita Bank. Die können wir hier auch mal rauswerfen. Eigentlich genau alle die Sticks zumindest mal. Nee, Capacita. Vier Glas. Tum, 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 tum. Ich hoffe, das ging auch mit normalem Glas. Das ist immer so die Frage. Hm, wie war das jetzt? Ging das auch? Ich glaube, es ging auch mit normalem. Wahrscheinlich schreien die Ersten jetzt schon. Ja, es geht! Da unten sehen wir mal, wie langsamer das Wechsel auf Erde wäre. Es wäre noch langsamer. Dann werden wir vielleicht in der nächsten Woche dann die ersten Erfolge sehen. Warum bringe ich denn hier hin? Weil ich unbedingt noch die Workbench da umsetzen muss. Und alles und überhaupt und generell. Und ja. La, 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 la. Frame. So, damit haben wir den Frame. Induction Smelder. Jetzt brauchen wir Copper Gears. Na gut, Copper sollte das kleinste Übel sein. Wenn wir nochmal ein bisschen was davon herstellen. Tadamnt! Tadamnt! So, einer mit. Dankeschön. Kurz Zähne durchgejagt. Wunderbar. Was ich ja zur ersten Folge heute sagen wollte, mit dem Punkt war, dass ich mir jetzt vielleicht auf kurz oder lang auch eh dann doch noch zumindest einen kleinen Gewerbeschein antun darf. Spätestens wenn ich hier rüber Geld verdiene, muss ich mich da ja eh drum kümmern. Finanzempfehlenswissen ist ja auch alles in Ordnung und richtig. Aber es könnte sein, dass ich jetzt meine erste Auftragsarbeit kriege, ein Video für jemand anderen hier auf YouTube zu produzieren und für den anderen kompletten Kanälen alles einzurichten. Und da bin ich sehr gespannt. Gut. Offiziell ist gut. Ich arbeite für den E auf geringfügiger Basis. Von daher ist es eigentlich jetzt nicht so das Problem. Es ist halt nur die Frage, ob das dann mit der geringfügigen Arbeit zeitlich und im Endeffekt abrechnungstechnisch am Ende noch übereingeht, weil ich da halt meine Quippe und alles mit einsetzen muss. Und das muss man dann halt auch irgendwie auseinanderklamüsern. Oder wie das dann läuft. Naja, Spreifelsfall muss dann hinterher finanzabweist es dann so und so. Da mache ich kein Hehl raus. Ist ja auch alles richtig. So wie gesagt, muss ja sein. Und von Gewinnorientiertheit kann man bei mir da eh noch nicht reden. Noch lange nicht. Ich arbeite ja eh für den auf geringfügiger Basis als Admin. Und das lässt sich vielleicht auch darüber alles dann noch regeln. Solange es nicht zu viel wird, weil Studenten dürfen ja auch nicht so mega viel in den Ball verdienen, aber bis zu einem gewissen Grad. Und da lege ich noch eigentlich deutlich unter. So, wumpa, wumpa. Zwei Stück brauchen wir. Mal kurz hier rausgenommen, damit wir wieder Platz haben. Und dann bin ich echt gespannt. Wird lustig bestimmt. Wird lustig. Oh Gott. Oh Gott. Wir brauchen Gold. Wir brauchen dringend Gold. So, die da rein. Induction Smelder. So, jetzt wollen wir noch. Ein Eimer und zwei Invers. Zwei Inware. Die haben wir zum Glück. Zwei Inware und einen Eimer. Den haben wir auch noch mehr als genug. Meiner Schüsseligkeit mit der Lava Beschöpfung sei Dank. Äh, so. Induction Smelder. Heroisch. Aber wie gesagt, da bin ich sehr gespannt, was das wird. Und alleine vielleicht die Möglichkeit zu haben, ist ja auch nicht schlecht, ne? Die Möglichkeit, sowas machen zu können, ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, vielleicht zukünftig in so eine Richtung zu gehen. Darüber nachgedacht habe ich, wenn ich ehrlich bin, noch nie. So, damit ist der Induction Smelter auch soweit. So, und so. Nein, das war nicht die Pulverreist Charcoal. Wir brauchen wirklich normales Ech, Menno. So, alles hier kackig. Ich heiße, deine Ellie. So, Pulverreist Kohl. 32 Stück brauchen wir. Dankeschön. Das heißt, die Kacke kann da oben wieder rein. Und dann machen wir unser erstes Material. Unser Irr, was wir brauchen. Huley! Und den machen wir natürlich auch noch, weil ein Gold ist ein Gold ist ein Gold. Wir können natürlich noch einen ganzen Restkopper mal durchjagen. Dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Gold, so ein letztes Goldkörnchen rausholen. Und wir haben Refined Iron, was wir dann ganz viel brauchen. Oh Gott, es wird teuer. Also diese Anlage wird richtig teuer werden. Wir werden es auch nicht auf einmal umsetzen können. Ah ja. Aus dem Leben eines EDV-Lass. Ach, da könnte ich auch so viel erzählen. Wenn ich da an die gute Dame denke, auch Probleme mit ihrem Rechner. Sie hatte sich so einen Ableger vom Bundestrojaner eingefangen. Wer den kennt, da kriegt man Leute zu sagen, hier, Bundespolizei, ich habe irgendwas verbotenes gemacht. Die zahlen sie 50 Euro, sonst wird die Rechte endlich wieder freigegeben. Den, den sie hatte, war einfach nur, dass sie im weißen Bildschirm hat und nichts mehr machen konnte. Das ist so irgendwie eine Unterkategorie davon. Und den loszuwerden, war lustig, lustig, tralalalala. Nee, nicht wirklich, aber machbar. Toi, toi, toi. Das ist jetzt ein paar Tage her, dass ich irre da geholfen habe. Bisher ist noch keine neue Rückmeldung gekommen, dass so irgendwas nicht läuft. Die bleiben auch aus. Jetzt wollen wir mal wieder gucken hier. Wo könnte man hier mal ganze Gelumpe reinwerfen? Hier passt nicht mehr sehr viel Gelumpe rein. Machen wir mal so. Dann machen wir mal so. Und dann habe ich hier nämlich noch dafür Platz. Hi, 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 hi. Aber wenn dann so eine rüstige Dame dann irgendwann mal so Fragen stellt. Mensch, es gibt doch auch irgendwo so Internetseiten, wo man sich so Filme angucken kann. Kann man sich denn auf solchen Seiten sowas vielleicht auch einfangen und so, dass man so überlegt, okay, sie redet gerade von Pornoseiten. Hey, hier gucken vielleicht Kinder zu. Liebe Kinder, da haben sich einfach nur Menschen ganz dolle lieb auf solchen Seiten. Äh, das, ich sag mal so, das ist dann so etwas, wo es ein bisschen unangenehm wird, wenn man als EDV daneben sitzt und sich denkt, okay, die will jetzt von dir wirklich Beratung für Pornoseiten im Internet haben. Wo man sich sowas ein bisschen gesteilt angucken kann. Da, ich musste mir irgendwo das Lachen verkneifen. Ich bin zum Glück ja in der Hinsicht auch ziemlich abgestumpft. Und mein Humor passt auch wunderbar rein, sowas auch noch mitzumachen. Ich wusste auch nicht, was sich da interessiert und was man da hätte empfehlen können. Aber im ersten Moment denkt man sich nur, what the fuck. Ja, wie gesagt, aus dem Leben eines armen EDV lassen. Da können wir doch auch echt eine Serie daraus machen, sowas als Ketscher aufführen. War schon sehr unterhaltsam. Ja, irgendwie ein Nachbar von dir hatte das doch mal, wenn sie halt auch, sie ist seit ein paar Jahren geschieden. Und ja, da hat der Nachbar ihr wohl gesagt, Mensch, guckst du dir denn sowas auch mit denen? Ja, ich hab nur gedacht, der hat eine Möglichkeit, sollte dann vielleicht auch der Nachbar da eine Beratung machen. Oh, verdammt, wir brauchen deutlich mehr Kohle. Ich glaube, ich schmeiß jetzt einfach mal Charcoal da direkt rein. Damit es wenigstens wird, weil wie gesagt, wir brauchen so viel Refined Iron. Oh, das wird so böse. War schon sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob man sich einer von euch in so eine Situation reinsetzen kann. Man sitzt dort, freut sich, dass da recht endlich wieder läuft, dass man diesen Murks von Virus Trojaner losgeworden ist. Und dann kommen solche Fragen von der Seite daneben. Von so einer Dame um die Mitte 60, über 60 ist sie auf jeden Fall. Da überlegt man wirklich so, was sagst du jetzt? Schön. So, hier soll dann die Leitung runter. Hier soll ja der Energiespeicher hin. Und wir müssen echt ausbauen. Ich muss hier unten mal planen. Das machen wir in der nächsten Folge. Dafür hole ich mir meinen Planstein. 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 So, nehmen wir hier die Fackel mal mit weg. Klatschen wir die mal hier so mit dran. Und dann kicken wir mal in der nächsten Folge, wie wir das hier planen. Und vielleicht kommen wir zumindest schon mal dahin, hier etwas zu machen. Ja, in dem Sinn, vielen Dank fürs Anschauen, Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr auch schon solche Begegnungen der älteren Dritten hat, dann lasst das mal in den Kommentaren da. Wie gesagt, das ist dann so. Man überlegt sich wirklich, was sagst du jetzt vor allem, was will man da aussagen? Wenn es jemanden peinlich ist in so einem Moment, ich glaube, da könnte man auch rot anlaufen und irgendwo den Boden versinken. Aber dafür ist man, also ich persönlich bin da zu abgestimmt und zu geil schnäuzig für. Aber trotzdem, ich habe auch nicht gewusst, was ich der da raten soll. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.